Moin zusammen, ich bin's wieder der Harbe und heute spiele ich wieder Landwirtschafts-Symulator 2015. Ja, ich bin hier auf Feld, äh, Nummer, wie heißt es, äh, Feld Nummer 10. Fast fertig mit dem, mit der Groberei. Auf Feld 11 nebenan ist ja Kollege Drescher auch fertig. So, ihr seht, ich gebe mir im Moment, gebe ich mir so, gebe ich mir ein bisschen Mühe mit Grubber hoch und Grubber runter und, äh, und so weiter und so fort. Und den Ende der Ansichtfahrt ist auch viel schöner, ist mir wieder angefangen. Ja, dann bin ich hier, ja, jetzt gleich fuhr ich. Nicht? Oh, oh. Ein, zwei Bahnen noch im Hammes. Wie sind die zwei Bahnen? Ja, ist ja viel los hier in Deutschland, ne? Hat ich kurz gesagt. Ich krieg ja alles reich jetzt auf meiner Map. Ich weiß gar nicht, was sie zu essen liegen lassen soll. Aber dann ist es schon wieder Mittag. Oh, jetzt schon durch. Ja, und das nächste. Obwärts. Und los. Schöne. Ja. Ja. Ja, oder? Ja. 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 Jo, die letzte Bahn. Du mir ist hier in der Mitte. Du mir ist hier in der Mitte. Ach ne. Ja, hier haben wir jetzt noch so ein blödes Teil, aber das ist ja mal so, ne? Ich will ja keine eckigen Felder. So. So. Hier gibt es jetzt sicher wieder Schwierigkeiten gleich. So. 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 Und die letzte Ecke da hinten noch kann haben. aber wenn man hier nicht sehen kann nach was hat er hier denn dazu getriller doch für die drei mit stelle ich das rest kann die rest kann die sähmaschine erledigen wir fahren zum nächsten feld so ich will jetzt mal wissen fällt wer wird es dahin wenden das ist feld mal abschalten das ist ja feld 59 sieht das ist feld 59 wo greift und 50 feld 59 ist reif sehr schön dann werden wir nämlich jetzt ich habe das bock drauf was neues zu machen und zwar werden wir meist waren genau da habe ich jetzt sehr ich praktisch dann könnten wir nämlich jetzt mal so langsam die bga von dem ein paar ein falten das ding aber ich bin ein voll naja ist egal ich habe jetzt wieder die aufzeichnung nicht wenn ich bin doch ein naja eben ohne aufzeichen stoppen wir und löschen den scheiß das ist scheiße ja ist nicht mein ding ist nicht mein tag heute früh am morgen aufzeichen das tanzte auch vergessen abschalten und zwar habe ich mir gedacht so jagen wie erst mal die hier los wir haben zwar auch einen großen bilderschein aber ist ja egal hier kommt ja den kleinen starten das ist ja eigentlich ist das ja wenn ihr wisst was ich meine 5 so soll es sein packbremse habe ich angezogen dann sie zu dass du hier zugange kommst und macht das vernünftig bitte ich habe nämlich nicht viel lust nicht daran das ist auch gefällt das möchte ich nicht warte mal was ist denn noch schwarz ablegen ich will das stu behalten alter was ist denn haar stroh ablage anschalten ist punkt ach so aha punkt hast du ach punkt hast Sturablage anschalten, ist doch Punkt. So. Wieso geht das denn jetzt wiederum? Es ist... Oh, ein bisschen hier noch guck, das ist auch guck. Es ist... Strohablage anschalten. Seht ihr das da oben? Das ist Punkt. Und ich hämmer jetzt auf Punkt. Und wieso geht das nicht? Was gibt es denn noch für Punkttasten auf meiner Tastatur? Okay. 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 Schwarzablage ist Tänke Tass. Vor allem an. Vielen Dank. Ich verstehe es nicht. Schwattablage. Ich verstehe es nicht. Das habe ich ja jetzt gemacht. Ich verstehe es nicht. Das ist ein Komma. Das ist ein Komma. Dann schau uns bitte den nächsten Teil an, wenn ich ihn zum Stolzok-Gruß empfehle. So, bis dann. Wink. Okay.